Bitcoin knackt die 60.000 Dollar Marke und du fragst dich, wie hoch das Ganze noch gehen kann, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Wir möchten zwei geheime Gründe in diesem Video besprechen, wieso Bitcoin noch sehr, sehr viel Raum nach oben hat und wieso ich und auch einige andere noch der Meinung sind, dass Bitcoin 2024 und 2025 potenziell noch Raum nach oben hat, die 100.000, 150.000 Dollar Marke locker knacken kann. Diese zwei Gründe werden von vielen Leuten gar nicht so wahrgenommen, als wirkliche Katalysatoren für einen riesen Bullenmarkt, speziell für Bitcoin, aber dann auch für Altcoins. In dem Video fokussieren wir uns auf den Bitcoin und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann habt ihr das volle Verständnis, wie diese zwei Gründe zusammenspielen und wieso das definitiv ein Grund sein wird, dass Bitcoin noch weiter nach oben gehen wird. Dann würde ich sagen, wir springen jetzt in meinen Computer, schauen uns die Gründe an und ich möchte euch die dann so einfach wie nur möglich erklären. So, der erste Grund, den ich mit euch besprechen möchte, ist der Supply-Schock. Was meine ich damit? Kurz gefasst, es gibt einfach zu wenige neue Bitcoins und einfach zu viel Nachfrage, um es in einem Satz zusammenzufassen. Dieses Bild hier demonstriert das Ganze ganz gut, weil wir sehen hier am 27. Februar wurden über 9.000 Bitcoin gekauft von den ETFs, aber die Bitcoin-ETFs sorgen natürlich für immensen Kaufdruck. Also wirkliche Spot-Bitcoins werden gekauft, das ist kein Future-ETF, sondern es werden wirklich Spot-Bitcoins gekauft für den ETF und dieser Kaufdruck sorgt dafür, dass der Preis natürlich nach oben geht. Dazu muss man aber sagen, es werden einfach zu wenig neue Bitcoins geschürft. 900 waren es jetzt am 27. Februar versus 9.000, die gekauft wurden. Und man muss, denke ich, kein guter Mathematiker sein oder irgendwie Mathematik studiert haben, um zu verstehen, dass diese zwei Zahlen einfach eine starke Diskrepanz aufweisen und das einfach im Umkehrschluss bedeutet, Bitcoin steigt und wird potenziell noch weiter steigen. Vor allem, wenn man noch das Halving-Event mit reinberechnet, was ja im April stattfinden wird, wo der Reward pro Block halbiert wird. Also man kann hier eigentlich quasi eine Durch-2 machen und hier vielleicht eine Mal-2. Wir wissen es natürlich nicht, wie sich die Flows in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln werden. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie bei 9.000 bleiben und es werden nur noch 450 neue Bitcoins geschürft. Ja, dann wird es einfach immer noch seltener, Bitcoin haben zu können und es wird einfach weiter dazu führen, potenziell, dass Bitcoin steigen wird. Natürlich kann man hier jetzt keine Prognose für die Zukunft machen, dass es so sein wird, aber ich denke, mit gesundem Menschenverstand machen diese Zahlen einfach Sinn und dieser Kaufdruck wird sich, denke ich, auch wieder im Preis widerspiegeln. Der zweite Punkt, der, denke ich, auch sehr spannend ist, ist, dass es sehr, sehr viel Outflows von Exchanges gibt. Das bedeutet, die Exchanges halten einfach nicht mehr so viele Bitcoins, weil sehr, sehr viel gekauft wird und dann aus den Exchanges rausgezogen wird. Und das sieht man hier eigentlich, Net Transfer Volume from oder to Exchanges. Man sieht hier in Rot eigentlich immer stärker die Outflows im Vergleich zu den Inflows. Das heißt, es wird einfach stark Bitcoin von den Exchanges runtergenommen und dann quasi entweder Self-Custody verwahrt oder beispielsweise in den ETFs platziert. Der letzte Punkt unterstreicht das eigentlich nur nochmal. Wir haben hier Bitcoin-Exchange-Balance und hier sehen wir eigentlich auch nochmal, wie viele Bitcoins die Exchanges noch halten, also beispielsweise Coinbase, Binance und so weiter. Und wir sehen hier, wir sind ungefähr auf einem Level von 2017. Heißt, es werden einfach immer weniger Bitcoins in Zirkulation sein und die neuen, die nachkommen, wie ich ja gerade gemeint hatte, werden immer weniger, weil es einfach immer weniger geschürft werden können, weil der Reward-Block natürlich sich halbiert durch das Halving. Heißt, wir haben wirklich einen starken Druck, starken Kaufdruck und quasi immer weniger Potenzial, was nachkommt. Also immer weniger neue Bitcoins, die in den Markt kommen können. Und wie ihr schon seht, hier ist eine Distanz dazwischen. Und das wird, denke ich, sehr, sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass Bitcoin weiter, weiter nach oben geht. Ich möchte jetzt keine Preisziele hier nennen, aber man kann schwer davon ausgehen, dass wir so an die über 100, 150.000 Dollar definitiv sehen sollten. Und um euch den letzten Grund genauer zu demonstrieren, sind wir auf Google Trends. Und was ich euch damit zeigen möchte, ist das Retail-Interesse. Also wer sind Retail-Investoren? Das bin ich, das bist du, der gerade dieses Video guckt. Einfach Leute, die nicht institutionell sind oder quasi Milliarden in Form von einem Private Equity Fund oder ähnlichen Investmentfonds bewegen, sondern einfach kleine Anleger, die potenziell ein paar hundert, paar tausend Dollar in diesen Markt spekulativ investieren möchten. Und diese Leute sind noch sehr, sehr weit weg. Wieso? Und das ist eigentlich ziemlich einfach zu sehen, weil wenn wir uns einfach mal, sag ich mal jetzt, wir nehmen mal das Beispiel Deutschland und schauen uns an, wie Kryptowährungen im, sag ich mal, letzten fünf Monaten das Interesse war. Wir gehen jetzt mal hier raus und gehen mal in die letzten, oder wir schauen uns mal die letzten fünf Jahre an, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wir sehen, okay, 2021 waren wir bei über 100 hier. Was war das? Das war das Cycle-Top mit 69.000 Dollar. Wie hoch sind wir jetzt gerade? Wir sind bei fast 60.000 plus minus Dollar zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme. Und das zeigt ja eigentlich, wir haben 69.000 Dollar, hatten so viel Interesse und jetzt gerade sind wir hier unten bei, sag ich mal, 33. Das hatten wir auch schon während dem Bärenmarkt hier und da mal einen kleinen Spike, der sogar schon höher war. Und da war der Preis noch deutlich, deutlich weiter unten. Also man merkt einfach ganz klar, okay, das Interesse von Retail-Investoren ist einfach noch nicht da. Selbst wenn wir mal Bitcoin eingeben, was ja quasi die Hauptwährung ist, um die es jetzt eigentlich auch geht und, sag ich mal, die auch die meisten Leute interessant finden. Dann sehen wir hier, okay, wir hatten einen Spike, das ist absolut richtig, für das Bitcoin-Interesse, welcher sich aber wieder abgeflacht hat. Und wir sind auch hier immer noch weit weg von den 100 oder 75, was eigentlich immer zeigt, okay, hier ist wirklich starkes Retail-Interesse da. Und wieso ist Retail-Interesse so wichtig? Der Preis des Bitcoins wird aktuell nach oben getrieben von den ETF-Flows. Haben wir ja am ersten Punkt quasi verstanden. Und weil einfach es immer weniger Coins gibt. Es ist aber sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass ohne die Retail-Investoren der Preis quasi nicht diese astronomischen Level erreichen kann. Also bei Bitcoin potenziell durch die Institutionen ja, aber wenn wir vor allem über Altcoins reden und kleinere Coins, ist der Retail-Investor sehr, sehr wichtig. Weil er meistens leider auch die Exit-Liquidity für viele Leute ist. Also quasi, wenn man sein Coin verkaufen möchte, dann ist es leider meistens der kleine Retail-Investor, der am höchsten Punkt einkauft. Aber das zeigt einem einfach, dass man noch relativ früh dran ist. Weil wenn sehr, sehr viele Leute wieder im Markt sind, dann kann das schon ein starkes Anzeichen dafür sein, okay, wir sind schon sehr, sehr weit oben. Aber letzten Cycle, wenn wir uns 2021 anschauen, sagen wir mal, dann hat wirklich jeder, mein Friseur, der Taxifahrer, jeder hat über Bitcoin und Krypto geredet. Aktuell redet da kaum mehr jemand drüber. Und ich glaube, der Retail wird zurückkommen. In welchem Ausmaß? Das wird sich zeigen. Aber ich bin mir sicher, wenn Bitcoin an die 70.000, 80.000 Dollar geht und das neue All-Time-High erreicht hat, dass dann sehr, sehr viele Leute sich denken, naja gut, vielleicht ist der Markt doch nicht so tot, wie ich gedacht habe. Und ich werde jetzt mal wieder ein paar hundert Euro und ein paar tausend Dollar in diesen Markt werfen. Mit der Hoffnung, dass es natürlich weiter steigt. Und dieses Geld wird dann potenziell in Altcoins reinfließen. Das wäre wünschenswert. Aber das ist noch der zweite Grund, wieso dieser Cycle noch definitiv Luft nach oben hat. Weil einfach die kleinen Retail-Investoren noch nicht da sind. Und die sind immer wichtig. Und das ist ein wichtiges Anzeichen. Sind hier die Google Trends. Oder auch ein sehr, sehr gutes Anzeichen sind zum Beispiel die Krypto-Subreddits. Also jeder, der auf Reddit unterwegs ist, weiß das, dass Krypto und Wallstreetbets damals mit der GameStop-Aktie, das war ja sehr stark über Reddit getrieben. Und wir sehen, dass damals zum Cycle-Top hatten wir über 400.000 bis fast 600.000 Subreddits zu diesen Themen, Ethereum, Cryptocurrency, Bitcoin, ETH-Trader. Aktuell sind wir fast so tief wie 2020. Also diese ganze Aktivität rund um das Thema Krypto auf Reddit, auf Twitter, auf anderen Plattformen ist sehr, sehr niedrig. Auch in eurem sozialen Umfeld denke ich mal, dass nicht so viele Leute über den Markt gerade sprechen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ihr noch sehr früh dran seid. Und das waren eigentlich so die zwei Hauptgründe, die ich in diesem Video vorstellen möchte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.